Hey Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit mir am Start, I is dem Gott aller Götter. Und heute hau ich ein paar Infos über die Liga raus, das könnte sehr spannend für euch werden. In den Kommentaren habe ich in der letzten Zeit dazu viele Fragen gelesen und die werden heute alle beantwortet. Und dann würde ich sagen, geht es los, wie immer, nach dem königlichen Intro. Wir haben ja schon vorhin nach einer etwas längeren Zeit angekündigt, dass wir eine Fortnite-Liga machen werden. Und jetzt ist sie endlich da, Leute. Und zwar besser denn je. Und wie genau du. Du, der jetzt dieses Video-Glock daran teilnehmen kannst, verrate ich dir jetzt. Aber vorher gibt es noch ein paar grundlegende Informationen über diese Liga. Zumal, dann kostet diese Liga 10 Euro Entry und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir haben eine Absicherung, dass die Leute, die sich anmelden, wirklich spielen. Und zu anderen wird dadurch das Preisgeld von 110 Euro aufgeteilt, auf die die resten drei Plätze finanziert. Der erste Platz gibt 70, der zweite Platz kriegt 30 und der dritte Platz kriegt 10 Euro. Zu den Spielen selbst. Es sind immer zwei Duos, die gegeneinander spielen, im Squad-Modus. Kill-Duell, ein Punkt gleich ein Kill. Wer dann innerhalb von drei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Nach der Runde muss von jedem Spieler ein Handybild von allen Kills aus dem Squad in den entsprechenden Discord-Kanal gesendet werden. Das sage ich euch aber alles nochmal, wenn ihr teilnehmt. Ihr kriegt von der Liga-Leitung jeweils pro Woche zwei Gegner zugeteilt, gegen die ihr spielen müsst. Wann ihr das macht, ist egal. Es muss nur vor Sonntag geschehen, an der vollen Woche. Zeiten und Datum macht ihr also komplett untereinander aus. Wenn das Spiel nicht stattfinden kann, wird auf mögliche Beweise geschaut, wegen welchem Team das Spiel nicht stattfinden konnte. Das Team, das dann da war und spielen konnte, kriegt drei Punkte. Und das Team, das nicht spielen konnte, wegen Verhinderung, null Punkte. Und noch zur Punktevergabe. Das ist wie in sehr vielen anderen Ligen. Drei Punkte sind für einen Sieg da. Ein Punkt bei einem Unterschied und bei einer Niederlage natürlich null Punkte. Am Anfang jeder Woche wird für die letzte Woche ein Video von mir oder Max kommen, wo dann alles mögliche über die Liga-Woche zusammengefasst wird. Die Spiele, außergewöhnliche Ereignisse oder ähnliches. Und bei der Liga machen uns ganz 16 Leute mit. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was seid ihr denn für Geldgeile-Huren-Söhne? Weil es bei einem eigentlichen Preisbill von 160 Euro nur noch 110 Euro Preisgeld gibt. Aber da liegt ihr falsch. Nämlich machen zwei Teams von uns mit, die natürlich keinen Entry bezahlen müssen. Werden wir bei 140 Euro. Und dann haben wir ja noch so Sachen wie Turniere und Intros, Designs und so, die natürlich auch alle bezahlt werden wollen. Und deswegen, den Rest nutzen wir eben dafür. Das heißt, wir machen dadurch keinen Profit. Keine Angst, Leute. Ich merke schon, die Vorfolge steckt bei euch bis ins Irreale. Und jetzt denkt ihr euch, ich will da unbedingt mitmachen. Wie kann ich teilnehmen? Da gibt es ein paar Bedingungen für. Ihr solltet schon in einem E-Sport-Team sein und ja, normale Duos werden normalerweise nicht angenommen. Dafür gibt es aber in nächster Zeit noch Turniere, deswegen da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Und dazu kommt auch bald ein Video. Und das Entry muss über Paypal bezahlt werden können. Ihr müsstet gegebenenfalls noch einen Auswärtsspieler haben. Das kommt aber darauf an, wenn ihr beiden immer könnt, dann braucht ihr auch keinen Auswärtsspieler. Ihr solltet auf jeden Fall noch auf unserem Discord-Server angemeldet sein. Da das unsere Hauptplattform ist für Turniere und für Liga, für alles mögliche. Dort werdet ihr dann über eure nächsten Gegner und über Tabellenstand und sowas informiert. Deswegen joint da alle mal rein. Link ist auch in der Beschreibung. Da werdet ihr im Endeffekt auch benachrichtigt, wenn ihr teilnehmen dürft. Das waren so ziemlich alle Anmeldebedingungen. Und wenn ihr jetzt als Duo mitmachen wollt, Links in der Beschreibung. 10€ Entry pro Duo. Meldet euch da an und guckt, ob ihr angenommen werdet. Und Leute, ich würde jetzt sagen, das wird richtig, richtig krass. Und ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, dass wir gerne einen Lacken bedanken, würde mich sehr freuen. Und abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr zu dieser Fortnite Liga. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.